Du Mai 16 ist unterhalb der Protoperantia occipitalis gelegen. Indikationen dieser Punkte, occipitale Kopfschmerzen, HWS-Syndrom, Tarticollis. Du 15 ist ein gefährlicher Punkt, deshalb nicht Tiefnadeln. Du 20 bei Hui liegt in der Verlängerung der Verbindungslinie vom tiefsten zum höchsten Punkt der Ohrmuschel. Er ist der wichtigste psychisch wirksame Punkt. Du 26 Rens Hong liegt zwischen dem mittleren und oberen Drittel der Entfernung zwischen Nase und Oberlippe. Dieser Punkt ist der wichtigste Akupunkturpunkt für akute Notfälle wie Kollapszustände, Schock, epileptische Anfälle. Nadelung der Punkte. Du Mai 15 senkrecht 0,5 bis 1 cm tief. Dies ist noch ein gefährlicher Punkt. Du Mai 16 senkrecht 0,5 bis 1 cm tiefe Nadelung. Du Mai 20 wird schräg nach hinten 0,5 cm tief gestochen. Hier die langsame Technik der Nadelung. Vor, seitlich und hinter dem Punkt Du 20 bei Hui liegen vier Punkte, die man Si-She-Zong, die vier Weisen nennt. Diese Punkte werden zu den Extrapunkten oder Punkten außerhalb der Meridiane gezählt. Chi-Shen-Zong ist Extrapunkt 6. Die langsame Nadelungstechnik. Richtung der Nadelung von Dorsal nach Ventral. Nebenbei Hui und den vier Weisen ist Herz 7. Shen-Men, der wichtigste psychisch wirksame Punkt. Perikard 6, ebenfalls zur psychischen Sedierung. Herz 7 und Perikard 6. Behandlung eines HWS-Syndroms mit den Punkten Du 20 bei Hui. Du Mai 15, Ja-Men. Du Mai 16 und Du Mai 14 unter dem Prominenz. Dies sind die Nahpunkte. Weiterhin Blase 10, Lateral von Du 15. Wir sehen die Stimulation der Punkte. Fernpunkt ist der Schlüsselpunkt für den Du Mai, Dünndarm 3. Behandlung von Kopfschmerzen, die von der HWS ausgelöst sind. Du 20 bei Hui. Gallenblase 14, Yang Bei. Extra 1 zwischen den Augenbrauen. Gallenblase 14, Du 23. Du 16 und Du 15. Do 14 Mit anschließender Stimulation Fernpunkt, Dickdarm 4, Hegü, kann bei empfindlichen Patienten möglicherweise schmerzhaft sein. Magen 44 Mit Stimulation des Punktes Blase 62 ist ein psychisch wirksamer Punkt. Blase 60 mit Wirkung auf die Nackenregion. Behandlung einer Lumbalgie mit den Punkten Do 4. Behandlung einer Lumbalgie mit den Punkten Do 4. Do 2 So wie Do 6. Mit leichter Stimulation. Lokale Blasenmeridian-Punkte Fernpunkte sind Blase 40. Blase 40 Blase 60 Dorsal vom Malleolus Laterales. Elektro-Stimulation der Do-Punkte. Du 2 So wie Do 6. Diese Kombination wird auch bei spastischen Paresen angewendet. Behandlung einer Interkostalneuralgie mit den Punkten Do 14. Behandlung einer Interkostalneuralgie mit den Punkten Do 14. Hier die Huatuo-Punkte. Dies sind Extrapunkte, die 0,5 zum Lateral von den Do-Punkten liegen und die Wirbelsäule einfassen. Du 11 So wie Do 10.